Bayern, mein Name ist Achim Möhrlein von der Cloud Networks Germany. Wir hatten schon Fälle, dass Huawei für uns Programmierungen gemacht hat, um das in unsere Systeme zu integrieren, ins Monitoring und so weiter. Aber hier hilft natürlich die ständige Weiterentwicklung von Huawei gerade mit dem NCE-Controller sehr, sehr gut. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Jerome Storm. Ich arbeite für die Cloud Networks. Die Cloud Networks ist eine Firma in Munich. Wir sind seit 20 Jahren im Technologie-Business. Wir sind ein Managed Service Provider und System Integrator. Wie ist der Nachbarn? Wir haben 2018 begonnen, nachher Zeit zu setten, die Wir-Fi-Probierung und die Wir-Fi-Probierung ist. Aber wie Sie sehen, in den letzten Jahren und den Verlusten, dass wir sehr nahe nach dem Kunden befinden, um mehr und mehr Produkte zu haben. Das ist ein sehr normales Evaluation. Und mit diesem Moment, wir integrieren, auf dem Wifi und der Netzwerk, viele andere Produkte, wie IPTV, VoIP-Solution, Digital Signage und andere Cases. Und mit diesem komplexen Setup ist es sehr wichtig, zu haben eine sehr gute Möglichkeit, zu unterstützen all diese verschiedenen Lösungen. Und wir können die Support-Support als ein Single Code-of-Contact. Für das, wir nutzen die NCE-Campus-Solution. Das funktioniert sehr gut. Wir haben es schon angefangen, ein paar Jahre später. So, unsere Relation mit Huawei, wir haben es ein paar Jahre später, mit einem Frame Agreement. A sehr gute Punkt ist, der Pre-Sales-Support. Das funktioniert sehr gut. Und auf dem Punkt, wir bekommen die Brand- und Access-Points. Das ist sehr schön zu sagen. Huawei hat uns sehr stark supportet, nicht nur jetzt in der Produktauswahl, sondern auch in Themen wie Support, die Schulung unserer Mitarbeiter, die Ersteinrichtung. Das habe ich bei einem anderen Hersteller, um ehrlich zu sein, noch nie erlebt. Weil, also, I much appreciate, dass das so gelaufen ist. Und, natürlich, wir haben uns sehr gut gemacht, was wir zusammen mit Huawei gemacht haben. Und, von meinem Verständnis, wir haben ein paar kleine Schritte, und für die Zukunft, alles ist okay. Aber, natürlich, wir hören, was die Kunden sagen. So, we need to react in the market speed. Das heißt, wir haben alle verschiedene Quadraten, neue Evaluations, das ist perfekt. Aber, wir müssen das integriert, so wir brauchen Zeit, zu tun, mit Huawei. Vielen Dank, guys. Have a nice day. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.